Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn Sie gerne eine Tasse Kaffee geniessen, aber ein bisschen empfindlich sind, dann sollten Sie mal diesen ausprobieren. Der neue Filterfertig malen ich Goop Kaffee mild. Wie jede Kaffeemischung von Goop enthalten auch der neue mild, sind nur edle Hochlandsorten aus ausgewählten Provenienzen. Mit einem natürlichen Spezialverfahren werden die Kaffeebohnen jetzt aber von verschiedenen Reizstoffen befreit und anschliessend auf dieser modernen Anlage von den Goop Kaffeespezialisten schonend geröstet. Geniessen Sie also ruhig den neuen Kaffee mild von Goop. Er ist anregend, weil das volle Aroma und das Koffein dienen bleibt, aber gut verträglich, weil er weniger Reizstoff enthalten. So, und jetzt zeigen wir Ihnen noch Goop Sonderangebote und ich möchte mich jetzt schon von Ihnen verabschieden. Zum Anfangen die aktuelle Preisschlager. In allen Goop Warenhäusern gibt es jetzt topmodische Damenkleider zu besonders günstigen Preisen. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Goop Goop Kaffee Jubilow 250g nur 3,90, 500g nur 7,40 und Bonsoir 250g nur 3,85. Grob Kaffee Wac filterfertig gemahlen, Jubilow 500g nur 7,60. Bonsoir 250g nur 4 Franken. Zwei Becher Plantamagarine statt 4,30 nur 3,75. Zwei Becher Minarine Planta Minusgalorie statt 3,70 nur 3,20. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag ein Butterzopf an 650g nur 3,20. Italienische Reginatrauben per Kilo nur 1,50. Und im Cascho an 4 Kilo nur 5,60. Auf Wiedersehen.